bevor wir uns jetzt hier verabschieden spenden wir gleich noch mal 50 dukaten denn das hätte wirklich wesentlich schlimmer laufen können verlassen den tempel und haben jetzt sehr viel monotones zu tun also zum einen müssen wir sehr lange schlafen im talane ihre astralenergie zurück bekommt dann müssen wir ganzen goldschmuck die roben und so weiter verkaufen dann verbrauchen wir talan als frisch gewonnene astralenergie für ganz viel identifizierung nämlich von dem schwert von dem dolch von dem stirnreif und ich glaube da war noch irgendwas dann gehen wir auch noch georgons zwei hände reparieren und ja das müsste erst mal gewesen sein damit sind wir aber locker eine ganze folge beschäftigt und wir sind in otter hier ich habe nicht wirklich darauf geachtet wo das schiff hinfährt ich wollte einfach nur möglichst schnell weg aus herland und in die nächste stadt von tempel sein könnte wir sind jetzt in otter hier das ist nordwestlich von torwall glaube ich aber gut hier gibt es auch händler also kumachen mal rein eine krämerin hallo krämerin wir entbieten euch unseren gruß und mögen die götter in ihrer gnade warten so wir haben was zu verkaufen und zwar einmal gold schmuck noch mal gold schmuck noch mal gold schmuck noch mal noch mal und talana können wir bestimmt nicht anklicken also versuchen wir es gar nicht erst und wir hätten gerne 40 prozent mit wenn ländern testweise klicke ich jetzt einfach mal auf talana und es geht inzwischen wieder was ja auch komisch aber sie hat nichts zum verkaufen so raus hier oder wollen wir noch was kaufen proviant haben wir glaube ich noch glasflaschen brauchen wir nicht die produzieren wir selber recht schnell und kristallkugel haben wir auch nicht hier brauchen wir nichts winterkleidung haben wir anscheinend auch keine und ich denke mal die können wir eh nur beim waffenhändler kaufen hier ist noch eine krämerin vielleicht hier drüben ja wandert paar wie fahrer mögen die götter euch dafür belohnen und euer laden macht es einfacher freut zu sein wir würden gern verkaufen jetzt kann gwendet nichts verkaufen aber terek darf verkaufen eine robe die bringt hier nur zehn du karten die preise sind echt sehr unterschiedlich in den dörfern städte will ich ja nicht wirklich sagen bei so einem kleinen robe kann auch weg die robe kann auch weg und die robe auch wo wir wieder 40 prozent und wieder gwendet dann versuchen wir noch mal gewinnen anzuklicken und das gleiche wie vorher ich denke irgendein gegenstand ist da verpackt ich weiß nur nicht welcher den tonnis hat mir vor kurzem her geschoben aber das wäre komisch wenn es einem kraut liegt verkaufen ok es liegt anscheinend wirklich an dem kraut sie braucht auch noch eine neue waffe 9 rapier aber sie hat sonst nichts zum verkaufen also kaufen und feile feile dich schon wieder fast vergessen kaufen wir gleich 80 neue so weiter ein florett sieht doch auch schick aus ja dann kaufen wir gewinnen halt ein florett die gruppe kann keine weiteren gegenstände aufnehmen also komisch dann müssen wir erstmal die feile kaufen und können jetzt erst wieder was anderes kaufen ja hier gibt es noch ein bastard schwert und einen richtigen zwei händer und winterkleidung sehr schön 1 2 3 4 5 6 und ein schuppenpanzer langsam haben wir die körperkraft dafür aber noch nicht so wirklich also wir haben unsere winterkleidung wir haben das florett für gwenlin wir haben die feile müsste soweit in ordnung sein probieren wir mal 30 prozent klappt sofort schöne sache dann schieben wir doch mal ein wenig hin und her also erst mal 40 feile zu mir dann 40 feile zu jallen dann zu jedem ein wintermantel den werde ich jetzt aber nicht anziehen sondern einfach im inventar haben um anzuzeigen dass sie das tragen normalerweise also im zweiten und dritten teil gibt es ein extra slot für also für sachen die man über die rüstung rüber zieht so da haben sie jetzt alle den wintermantel der kommt schön unten neben die decke kommt schön unten bei jedem gleich neben die decke das schwertwort identifizieren dann schieben wir doch mal den verhexten tonnis weg du hast zwei der geht bestimmt noch zu gwenlin so er ist überladen der florett kann zu ihm der vulkan lastor ich kann glaube ich verkauft werden die waren zwar alle entweder magisch oder für rituell notwendig aber die waren von den fähigkeiten her nicht besonders gut also von den stats das verkaufen wir auch gleich so ist jemand überladen überraschenderweise nicht da doch direkt die hacke kann man zu gwenlin nein jacke kannst du talana tausch gegen heiltränke so keiner ist überladen wir haben 25 astralergie dann zaubern wir doch mal hellsicht odem arcanum auf den stirnreif der stirnreif ist magisch behandelt worden schon mal ein guter anfang dann würden wir noch gerne wissen was genau auf dem stirnreif ist oha auf diesem stirnreif liegt ein permanenter arcano psycho stabiles das war man kann keine gedanken lesen von ihr ich gucke mal einfach ganz kurz magieresistenz ist ja nicht so dass ihr schon ein amulett und ein ring dafür hat jetzt hat sie auch noch stirnreif magieresistenz 16 die anderen haben so sechs und acht sie hat fast so viel wie die gruppe zusammen aber das ist doch schön vor allem weil sie sonst nichts auf dem kopf tragen kann bisher das hat sich schon mal gelohnt dann gucken wir doch gleich weiter wir würden noch gerne gucken ob nicht der ring mehr ob der kukristolch mag es ist der kukristolch ist nicht magisch okay dann haben wir noch das schwert und zwar das normale schwert das da das schwert ist nicht magisch kann also auch verkauft werden und das bastard schwert ist magisch das wissen wir aber das muss halt repariert werden so zurück raus hier und gucken wir für glück haben ja wir haben glück da oben gibt es einen richtigen schmied hallo es dröhnt in der schmiede dass euch die ohren schmerzen der lärm verstummt jedoch als der handwerker euch bemerkt ohne erkennbarer hass legte seine riesigen hammer neben sich auf einen tisch und wende sich euch zu ja bitte die götter mit euch meister der esse gelernt ist eben gelernt leute das hört sich jetzt alles nicht besonders gut an ach so das soll ein richtiges handwerk sein ist sehr beleidigend die götter die götter geben und die götter nehmen sagt auch dass das was die götter ihm gegeben haben sie ihm jederzeit wegnehmen könnten also das ist gar nicht seine sein verdienst desto gut zu sein und nun ja eben das seine ist einfach nur so lari fari spruch ich probiere mit den zweiten ihr seid bedauernswert na gut das schien nicht das richtige zu sein aber wollen ja eh nur ein schwert verkaufen äh reparieren das bastardschwert sechs du karten wollen wir was erfalschen nein bei so einer wichtigen sache wollen wir nicht falschen solches kunden sollte ich öfters mal haben kommt in sechs stunden wieder sechs stunden wir wollten jetzt eigentlich sechs tage mindestens schlafen um die astralenergie wieder zu bekommen aber wir können hier ein wenig die ortschaft erkunden super wir können von hier aus nach das boote reisen okay ja da sollten wir auch noch weitermachen sobald wir uns einigermaßen ausgeruht haben von dieser ganzen exkursion aber erstmal geht's zurück nach wahrenheim um da die ganzen briefe abzugeben bei der gelehrten und das letzte kartenstück einzusacken ne das war gar nicht das letzte es fehlen noch zwei aber ein weiteres kartenstück einzusacken so da oben waren wir noch nicht amaterik braucht bestimmt bald neue tinte für seine karte dass er seine karten so da ist aber nur ein ausgang na gut gucken wir mal ob sechs stunden rum sind das geht ja manchmal schneller als man denkt er braucht mehr zeit war gut dann suchen uns die nächste taverne und verbringen da ein wenig zeit das ist die falsche denn da unten am hafen ja das passt ich schon besser zum großen drachen hallo große drache die taverne ist nicht schlecht besucht nur noch wenige freie hocker wir hätten gern eine runde für alle keine sorge ihr habt ihr unser geld nachdem wir jetzt so viel erledigt haben nachdem gwenlin dem tod von der schippe gesprungen ist können wir ruhig meinen ausgeben und werden daraufhin sofort auch eingeladen von tioma gut rizont wenn ihr nach wahrenheim wollt setzt ihr am besten erstmal nach landsteilen über von da ist es eine leichtigkeit ein schiff zu finden okay dann bestellen wir noch etwas zu essen und kennt ihr vielleicht jura arenson wo ist mein zettel da ist mein zettel jura arenson in otterche stimmt zu dem müssen wir noch hin das passt ja auch ganz gut kennt ihr vielleicht jura arenson sicher er wohnt am großen platz richtung toter orts ausgang und wir werden noch kurz eingeladen das machen wir auch noch kurz und wir kriegen wir den tipp dass wir übersetzen sollen wenn wir zu diesem nilaya style gehen wollen gewendern ist angetrunken das ist uns egal wir wollen jetzt schnell zum schmied und dann zum ortsausgang ihr kommt genau recht ich bin fertig mit diesen reichen über mit diesen worten überreicht euch der schmied das bastardschwert das kriegt gleich gerogon wieder so aber das will er jetzt gar nicht mehr tragen nicht wirklich die werte sind hier wesentlich besser so und jetzt huschen wir so lange die sonne noch da ist östlich des großen platzes das wird wohl der große platz sein die sonne geht unter ganz schnell bevor er sich in seinem haus verbunkert und nicht mehr die tür auf macht jura arenson ja bei so einem grimmigen gesicht war mir wirklich noch nicht eine ganze weile nachdem ihr geklopft öffnet euch ein weißhaariger alter mann die tür er ist sehr mager hat eingefallene wangen und sein gesicht ist sehr bleich er schaut euch verwundert an ihr seid doch jura arenson ja erwiderte alte mit schwacher stimme was wollt ihr denn von mir hätten man erwähnen oder nicht wir sind im auftrag des hetmans unterwegs was soll das ihr glaubt wohl mit einem alten mann kann man alles machen mit einem grimmigen funkel in den augen schlägt euch die tür vor der nase zu ähm ihr klopft die tür wird einen spalt breit geöffnet und ihr blickt in das gesicht einer jungen frau ja bitte wir wollen eigentlich zu jura arenson die frau beginnt leise zu schluchten schluchzen jura ist tot gerade eben sagt sie leise das waren jetzt aber hoffentlich nicht wir und außerdem ging das ziemlich schnell ihr sprecht der frau euren beileid aus und geht okay das war jetzt sehr skurril also hätten wir vielleicht nicht erwähnen sollen dass er hätte man uns schickt hatte deswegen herzinfarkt bekommen war ja na gut einen namen den ich von der liste streichen kann auch wenn dieses ein wenig makaber anhöter gestorben ist den streichen auch noch durch schade das ist so ziemlich der letzte hinweis den wir hatten auf kartenstücke außer den einen jügner und den eventuell bei fexkr so wir wollen jetzt in eine herberge da essen wir erstmal gut dann nehmen wir ein zimmer für sechs tage und talana meditiert erstmal 15 so dann wollte ich mir den zauberstab noch angucken ja auf ihm liegt der vierte starb zauber na gut das reicht dann also brauchen wir keinen weiteren und jetzt schlafen erstmal richtig schön durch und hoffen dass das reicht und die astral energie wieder auf ganz voll zu bringen bei mir und fast war ja dann auf jeden fall weiter laner wahrscheinlich nicht aber der hat ja auch ein wenig mehr das passt schon so dann gehen wir jetzt noch mal in tempel und speichern da ab lb 63 und wir sehen uns gleich wieder